Es freut mich sehr, dass du dir dieses Video ansiehst und es spielt keine Rolle, ob du ein erfahrener Excel-Anwender bist oder gerade frisch in das Thema eintauchst. Anhand von einem konkreten Beispiel sehen wir uns die Funktionsweise der Zielen-Wenn-Funktion an, damit sozusagen alle Zweifel aus dem Weg geräumt sind. Möglicherweise hast du mit ähnlichen Funktionen bereits in Excel handiert oder gearbeitet, beispielsweise mit der Wenn-Funktion. Diese unterscheidet sich grundsätzlich nun gänzlich von der Zielen-Wenn-Funktion. Mit der Hilfe von der Zielen-Wenn und es gibt auch die Variante, um mehrere Wenns sozusagen zu erweitern. Diese nennen sich dann Zielen-Wenns und diese können, wie gesagt, Werte in einem Bereich anhand von einem Kriterium oder mehreren Kriterien gezählt werden. Diese Kriterien kannst du festlegen und das ist auch ein wesentlicher Unterschied von den anderen Wenn- und Wenns-Funktionen. Nun, genug der Theorie, sehen wir uns das nun praktisch näher an. Und zwar haben wir vor uns die Funktion Zählen-Wenn und diese erfordert oder verlangt von uns zwei Eingaben. Die Eingabe 1 ist sozusagen der Bereich, den wir in Microsoft Excel auswählen möchten, welchen wir dann in der Eingabe 2 überprüfen. Die Eingabe 2 ist jener Wert, Text oder Zahl, den wir sozusagen in den angegebenen Bereich in der Eingabe 1 durchsuchen möchten. Wie könnte das nun konkret aussehen? Dazu haben wir vor uns hier ein Beispiel. Ich mache das etwas größer. Und zwar haben wir hier eine Tabelle, welche in der Spalte 1 das Obst beinhaltet. Äpfel, Orangen, Bananen und Zitronen. Nun, diese kommen auch mehrfach vor. Und in der zweiten Spalte haben wir den Betrag zu dieser Obstsorte. Nun, möchten wir eine einfache Zählung durchführen, wie oft denn dieser Apfel oder diese Obstsorte Apfel in dieser Tabelle vorkommt. Nun, wenn wir uns nun an der Vorgabe orientieren, welche uns hier gegeben ist, dann geben wir folgendermaßen vor. Ich gebe nun mit einem Ist-Gleichzeichen, komme ich sozusagen in den Funktionsmodus hinein. Und dort wird es bereits vorgeschlagen, die zählen wenn. Auch auf das ist zu achten, es wird bereits von Microsoft Excel diese Eingabewerte hervorgehoben. Und zwar wird hier bereits die Eingabe 1 als Bereich deklariert. Das bedeutet, du erhältst sozusagen eine kleine Unterstützung von Microsoft Excel, wenn du diese Eingaben nicht auswendig weißt. Wobei ich sagen muss, das ist in der Praxis häufig so, dass man diese Eingaben einfach bei Google nachsieht oder einfach in der Hilfe-Funktion von Microsoft Excel. Nun, wie gesagt, gehen wir nun den Bereich an. Das betrifft nun diesen Bereich, exklusive der Überschriften, da wir dort ja keine Obstsorten vorhanden haben, sondern wir selektieren nur die tatsächlichen Einträge bzw. dort, wo auch die Beträge vorkommen. Als nächstes muss ich nun das Suchkriterium angeben. Das ist bei uns in der Zelle C64 definiert. Ein unglücklicher Umstand hier ist, dass ich hier keine Selektion mit der Maustaste durchführen kann. Somit muss ich das manuell eingeben und zwar als C64. Nun bin ich mit den Eingaben vollständig und kann das mit einer Klammer schließen und die Funktion kann nun mit Enter ausgeführt werden. Wie wir sehen, erhalten wir als Ergebnis eine 3. Das bedeutet, die Obstsorte Äpfel kommt genau 3 mal vor. Wir können das auch für einen anderen Eintrag testen. Beispielsweise für die Orangen sind auch 3 oder für die Bananen. Würde ich angenommen für die Bananen einen herauslöschen, so erhalten wir nun die Ausgabe 2. Wie du siehst, kannst du nun eine einfache Zählung durchführen mit einer Bedingung. Nun gibt es, wie so oft im Leben, eine Steigerungsform und zwar, wenn wir mehrere Kriterien in der Zählung anwenden möchten. Dann gibt es in Microsoft Excel die selbe Funktion, nur mit einem S am Ende, um auf ein Plural zu kommen. Und diese Funktion Zählenwens ist das gleiche eben, wie hier genannt, wie Zählenwens, erlaubt aber die Verwendung mehrerer Kriterien. Nun, wie sieht nun hier der Aufruf dieser Funktion aus, und zwar auch wieder mit einem S-Gleichzeichen, Zählenwens. Und hier gibt man nun in der Eingabe 1 den ersten Bereich an und mit der Eingabe 2 gebe ich das Kriterium an, welcher in der Eingabe 1 durchsucht werden soll. Und somit kann man nun genau das Prozedere für die anderen Bereiche durchführen. Das bedeutet, ich kann das x-beliebig oft hintereinander angeben, und zwar hier kann ich nun den zweiten Bereich angeben und wiederum das Kriterium für diesen zweiten Bereich. Ich könnte hier noch einen dritten, vierten, fünften und so viele wie es Microsoft Excel technisch möglich ist. Auch hier möchte ich ein gemeinsames Beispiel durchgehen, wie nun die Anwendung von dieser Funktion aussieht. Und zwar haben wir hier eine Tabelle vor uns, wie die Obstabelle vorhin, nur erweitert um eine zusätzliche Spalte, und zwar den Typ. Und diese gibt dann sozusagen noch eine zusätzliche Information oder Beschreibung zu dieser ersten Spalte zu der Obstsorte an und haben nun die Aufgabenstellung, dass wir nur jene zählen möchten, welche beispielsweise als Obst Orangen sind, vom Typ Florida. Eine kurze Überprüfung, wie viele sollte als Ergebnisse herauskommen. Hier sehe ich bereits einen Treffer und es scheint, als wäre sonst kein weiterer Treffer vorhanden. Das bedeutet, es sollte am Ende eine 1 herauskommen. Ich gebe nun die Funktion wieder an, zählen, wenn's. Gebe nun den ersten Kriterienbereich an, das ist das Obst. Und nun das Kriterium 1, das sind die Orangen. Und nun den zweiten Bereich. Auch hier überschneidet sich sozusagen die Eingabe mit der Information vom Kriterium 2, und zwar befindet sich das und bei G64. Nun kann ich die Funktion schließen und erhalte das Ergebnis 1. Wie du siehst, lässt sich diese Anwendung sehr gut in Microsoft Excel durchführen. Und darüber hinaus solltest du mit dieser Funktionen, welche sich ausschließlich auf das Zählen beschränken, noch weitere benötigst. So gibt es in Microsoft Excel auch noch welche für die Summen, für den Mittelwert und für den Maximal- und Minimalwert. Mich würde interessieren, für welche Anwendungen oder für welche Auswertungen du dir diese bedingten Funktionen verwendest. Schreibe es mir als Kommentar. Gerne auch bei Fragen ein Kommentar hinterlassen. Ich werde versuchen zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.